Herzlich Willkommen! Wir sind hier in Siedentürkei. Und jetzt kommt die spielbische Geschichte. Herzlich Willkommen zur Christlichen Kindheitparade. Heute aus der berühmten Türkei. Wir sind hier in Siede. Und der Apostel Paulus, der hat die ersten Gemeinden hier gegründet. Ja, und die Gertraud Lydia, die wird uns heute eine super spannende Geschichte erzählen. Stellt euch vor, zuerst war der Paulus auch in Zypern. Ja, und da war so ein komischer Zauberer. Und der war so schlimm, der Zauberer. Der wollte den Hauptmann aufhalten, dass er an Jesus glaubt. Und dann hat der Paulus ein Wunder verbracht. Und der Zauberer konnte nichts mehr sehen. Und dann ist der Hauptmann zum Glauben gekommen. Aber das war noch in Zypern. Also nun kommt ein Lied. Und dann die spannende Geschichte. Und dann kommt wieder ein Lied. Und dann komme ich schon wieder. Willkommen in der Jesus-Zone. Was schützt dich? Wir glauben nicht in noen Poltergeist. Wir glauben in Jesus Christ. Christ.